Was ist der Vinyl Service? Der Vinyl Service ist der sofortige Glanzauffrischer in nur 10 Minuten. Ein echter Glanzbooster, ob du es kühl magst, im warmen Ton oder auch im neutralen. Mit dem Vinyl Service kannst du deine Kundin ganz schnell in 10 Minuten einen luxuriösen Service und eine luxuriöse Nuancierung anbieten. Der Catwalk für zu Hause. Welche Nuancierungen sind denn mit dem Vinyl Service so möglich? Der Vinyl Service begeistert mit vier unterschiedlichen Nuancen. Eisblond und Champagner für kühle Töne. Dann hast du Vanillablond für warme Nuancen und du hast Clear für reinen, scheren Glanz. Warum sollte jeder Sebastian Salon den Vinyl Service anbieten? Vinyl Service ist total unkompliziert und dauert unter Wärme ca. 10 Minuten. Das verwandelt jedes einen Glanz. Der Vinyl Service ist der absolute anwendungssichere Einstieg in deinem Salon und vor allem für dein Nachwuchstalent perfekt geeignet. Marc, was ist denn dein Experten-Tipp zu dem Vinyl Service? Am liebsten nutze ich den Vinyl Service als Abschlussbehandlung nach chemischen Prozessen. Das heißt nach Blondierung, heller Färbung oder Umformung. 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 Vielen Dank.